Der Zusammenhalt in der Firma finde ich super. Durch dieses entspannte und friedliche Arbeiten ist es sehr produktiv. Also wir sind untereinander, würde ich sagen, komplett per Duo. Ich finde, das zeichnet sich aus, dass man einfach sich gut miteinander versteht. Das hebt uns von anderen Arbeitgebern ab, dass wir so viele Möglichkeiten haben, uns zu verwirklichen, aber trotzdem die Billfinger Strukturen haben. Das Besondere an dem Standort Busek ist, dass wir Hersteller sind. Das ist nicht ganz typisch für Billfinger. Billfinger ist in erster Linie ein Industriedienstleister. Unsere Hauptprodukte sind einmal die Velcorin-Dosieranlage und die Odorpumpe. Und dann gibt es noch Mischer und die werden halt hier alle gebaut. Auch die Teile werden hier gefertigt. Es kommt durchaus vor, dass ein Kunde eine sehr spezielle Anfrage hat und wir uns dann zusammensetzen, wie können wir dieses Problem lösen. Das zeichnet uns als Standort Busek aus, dass wir kurze Wege haben, den direkten Kontakt zu jedem Mitarbeiter. Unser Standort hat sämtliche Abteilungen, die man so haben muss als Hersteller. Das Besondere ist eigentlich, dass wir wie so ein Mikrokosmos eben alle Funktionalitäten relativ dicht beieinander haben. Zum Service gehört zum einen natürlich die Durchführung von Wartungen, die Durchführung von Reparaturen und natürlich auch das Vorhalten von einer Servicetruppe, die in kürzester Zeit beim Kunden vor Ort ist und Probleme behebt. Ein Kunde schreibt uns, dass er eine Wartung möchte oder wir gehen proaktiv auf den Kunden zu. Im Service bin ich deutschlandweit unterwegs. Da ist es sehr spannend, immer wieder zu sehen, wo das Problem liegt. Das macht mir persönlich am meisten Spaß. Mein Wissen, das kommt hier gut an, weil ich schon ziemlich lange Berufserfahrungen habe. Und es ist auch die Abwechslung, die mir hier Spaß macht. Ich fühle mich sehr wohl, meine Arbeit macht mir Spaß und aufgrund dessen sehe ich meine Zukunft bei Billfinger. Billfinger 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 Billfinger